Donau 3FM sucht den Mega-Macho. So einen wie unseren Ortlieb. So, also das ist jetzt ganz normal. Null. Das ist Null. So, der Felix, der hilft mir dann. Ja klar, ich bin immer bereit. So, du machst dann da, machst was drauf, immer auf die Wurst und dann müssen die Soße. Okay, Wurstsoße. Wie erzählt ihr das denn? Null. Aber Null ist ja gar nicht so. Das ist auch, finde ich. Oh, Leute! Die ist für scharf in die Schnull sagt der. Adlieb, du wolltest gerade mal eine Brust gekriegen. Ja. Ich will ja nicht so wie den Mörser, der macht's ja noch scharfer jetzt, der Wahnsinnige. Okay. Der macht der Felix, der Beobacht ist. Ich, ich, ich bedurze noch scharf. Ja, die Beobacht ist. Ja, ja, jetzt hier. Ja, gut. Eingedumt, der Weihling da. Soße. Genau, und jetzt den Mund rein. Boah! Wie ist es? Ich glaube, er ist ein Blödspiel. Nächste Stufe. Wortlieb Punkt 1, Herausforderer Punkt 1. Bitte abfahren. Beide sehen ein gewisser Bruchpilot im Gesicht. Es brennt. Sonst noch letzte Worte? Alles Wohl. Nicht so Mama, ich liebe dich oder so. Moment. Also ich will jetzt gar nichts. Es ist gerade relativ still geworden um unsere beiden Machos. Oh. Gut, ja. Aber es hat so etwas Ähnliches aus dem SM-Studio, oder? Töne der Wolllust. Ordnung? Ja? Aus. Soll denn eins essen, oder? Kann doch noch eins draufsetzen. Meine Damen und Herren, wir haben also einen Mega-Macho gefunden. Gratulation! Wir sehen uns im Hirschen-Gefied. Sie singt sich ab, oder?